Nieselregen versus Trockenheit und Sonne. So sieht die Großwetterlage am Freitag für Deutschland aus. Aber beim Wort Nieselregen denken jetzt einige schon, das ist fies, da kommt dann doch ein bisschen was runter. Es wird nur ganz, ganz wenig sein von der Menge her, was runterkommt. Und dabei bräuchte ja die Natur im Moment diesen Regen. Aber man sieht es schon hier auf dem Vorschaufilm, das sind wirklich nur einzelne wenige Tröpfchen und auch nur in manchen Regionen, nämlich im Norden und tendenziell im Osten sowie hier im Nordstau der Mittelgebirge. Ansonsten hier im gesamten Süden und Südwesten vor allem, da ist es nicht nur trocken, da wird es auch eben überwiegend sonnig sein. Wir sehen das hier bei den aufsummierten Niederschlagsmengen bis einschließlich Freitag. Das Blau ist eigentlich außerhalb von Deutschland. Hier kann man sagen über Polen, Tschechien und hier im Alpenraum. Das heißt, das was runterkommt, das wenige ist dann wirklich so minimal, dass es nicht mal ein Millimeter, also ein Liter auf den Quadratmeter ist. Und trotzdem reicht es dafür, für die Wolken, dass sie eben die Sonne doch ein bisschen verdecken und zwar vor allem etwa nordöstlich eine Linie vom Münsterland über den Harz bis zum Bayerischen Wald. Lediglich hier im äußersten Nordosten, da gibt es wieder sieben, acht Sonnenstunden. Ansonsten in diesem bewölkten Streifen etwa zwei bis sechs Stunden Sonne und hier im Südwesten teilweise ja zehn bis 14 Stunden Sonne. Also hier wird es wirklich ein absolut sonniger Tag, das merken wir schon am Vormittag. Ansonsten haben wir es in Deutschland eben mit dieser Mischung aus dichteren Wolken und etwas Sonne zu tun. Hier an der Nordsee und im Emsland, da fallen ein paar Tröpfchen. Die arbeiten sich dann so ein bisschen weiter zu den Mittelgebirgen vor oder auch hier ins Vogtland, Oberpfälzer Wald. Aber insgesamt, wie gesagt, kommt da nicht viel runter und die Temperaturen sind im angenehmen Sommerbereich. Unter 20 Grad gibt es nur in den höheren Lagen der Mittelgebirge, am Alpenrand sowie direkt an Nord- und Ostsee. Ansonsten sind es meistens 20 bis 25, am Oberrhein 26 Grad. Der Samstag ein ähnliches Bild, so diagonal über Deutschland, ein Band mit dichteren Wolken und ein paar Tröpfchen. Dazu steigen die Temperaturen im Südwesten bis 28 Grad, sonst ändert sich wenig.